ARD Text im Auftrag von Funk Ich glaube, er hat gesagt, wir möchten gerne auf dich fressen Plötzlich alles nichts mehr wert Wir rassen sie aus Komplett im Dunkeln Angstschweiß Arsch auf Grundeis Du bist Vanille Ich heiße Tiger Denn du weißt nicht, wie man Feuer macht Wir müssen leider eine Taschenkontrolle vornehmen Da hab ich was Hards gespürt Bist sicher Bist sicher Bist auch nicht Denn du weißt nicht, wie man Feuer macht Warum hast du eigentlich diese komische Jacke ein? Du hast doch gesagt, du sollst eine Strickjacke anziehen Ich hab gesagt, du sollst eine Strickleiter mitbringen Strickleiter Scheiße, hab ich jetzt nicht dabei Wie fängt du denn?